Herzlich Willkommen zurück zu Engelfurt Ich glaube wir haben noch neue Schuhe freigeschaltet 20 von 23 Zirkusschuhe, die Schuhe eines Clowns Ok, why not? Heute Der letzte Tritt Ich denke mal Wir werden hier jetzt auf den... Wie ist es nochmal? Keine Ahnung Ich habe es vergessen Auf einen anderen Typen treffen Schiesse den Level ab Schliesse den Level nur mit Dritten ab Schliesse den Level nur mit Folgen Schuhen ab Pumpkicks Ja komm, wir versuchen es mal mit den Clowns Schuhen Wenn es nicht klappt Können wir nochmal ändern Kannst du mal ein paar? Nichts Hä? Verstäb Bei jedem Tritt. Sie sollen sich gegenseitig getötet. Die Schuhe sind großartig. Warte kurz. Okay. Oh nee, die Sonne teke. Meine Verschuldung? Sie sind so bescheuert. Fuck. Okay, da gab es noch eine mehr. Jetzt bin ich wieder zu schnell da rein und durch. Komm, komm, komm! Nee, ist das Plus? Doch Plus Drive. Alter, das ist doch mal. Ouch. Oh. 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 So minority, keine Waffe. Und da kommt glaub ich niemanden eben. Oh, 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 vier Stück auf einmal! Oh, 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 oh! Einfacher geht's ja nicht. Fille! Fille! Fille wird begangen! Okay! Ah, shit, das kann ich überhitzen. Fuck Alter, kommt auf ihn Okay, es darf nicht überhitzen Sonst bin ich am Arsch Hallo Tietze, ich habe abgefahren lassen Da oben ist auch eine Habe ich bisher noch nie gesehen Ich habe aus dem Lachen Ich habe aus dem Das ist komplett Redaktion Der Der Faktion Der Der so 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 nicht so 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 shit ob da noch eine lebt gar nichts da oben das könnte ein bisschen da auch nicht sehen das ist echt nice so 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 extrem mal schauen habe ich glaube ich noch nie benutzt okay so so Vielleicht vielleicht ist es sowas vielleicht auch nicht mal schauen aus Aussagekräftig. Äh, Waffen? Oh. Okay, es bringt viel Chaos mit sich. Und ordentlich viel Chaos. Oh. Lebt der noch? Keine Ahnung. Okay, viel Chaos, aber auch ziemlich viel. Alp, das wird jetzt gleich heftig. Weil die Waffen fliegen ja auch weg. Das wird jetzt gleich heftig. Okay, es könnte helfen, würde ich sagen. Oh shit. Flieg runter, Johnny, flieg. Wo ist das bescheuert? Das ist unglaublich bescheuert. Das ist leer. Oh shit. Da kommen sie schon entgegen. Und die Mäuse fiegen wie nix, weil sie so klein sind. Okay, okay. Unglaublich viele FPS Eindrücke. Okay, es hat geholfen. Aber da kommen unglaublich viele Schaden. Und das Chaos hat, äh. Ziemlich, äh. Das gemacht als Team so. Und fliegen die Waffen halt weg. Manchmal sind hier drei oder manchmal vier. Das ist mies. Ich finde halt die Waffen nicht an denen. So. Ich glaube, was auch hilft, ist halt, dass die Kugeln langsamer fliegen. Sieht zumindest so aus. Das sieht so wild aus. So unglaublich wild sieht das aus. Und dann wieder ein Schuss. Boah, Junge. Das ist hart. Harte Popak. Oh, der hat mich ja sowieso gekillt. Ey, das ist echt mein hartes Level. Ich weiß nicht, wie ich das schocken werde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schocken werde. Ich weiß nicht, wie ich es schocken werde. Das war's für heute. Das sieht so wild aus. Das Problem ist eigentlich bloß, dass die Waffen wegfliegen. Das ist eigentlich das einzige Problem. Das ist das Klapp-Legge. Okay I'm ready Holy shit, wie der Fuck, der stand neben mir Wir müssen andere Schuhe ausprobieren Aber erst in der nächsten Folge Es wird unglaublich laggy Ich hab da gerade Kodierungsprobleme Offensichtlich Wie ist das beim nächsten Mal wieder Das wird, das ist hart Das ist echt ein hartes Wahrscheinlich das letzte Level Naja, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal bei Angerfoot Haut rein, tschüss